hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video microsoft word heute wollen wir uns verweise wir wollen texte die wir schon irgendwo haben noch einmal irgendwo hinschreiben aber wir wollen es nicht hinschreiben sondern wir wollen eine exakte kopie ich zeige einfach her was ich meine sogenannte querverweise also das ist unser dokument und sagen wir oft hat was ja im texten beim starten von word erscheint zunächst der willkommensbildschirm und da kann man ja siehe und jetzt möchte ich da abbildung 1 reinschreiben und jetzt steht da abbildung 1 und jetzt waren da vielleicht immer bei abbildung eins ist vielleicht unwahrscheinlich da auf der ersten seite aber wenn irgendwo es kann sein dass sich ja diese abbildungen verschieben weil dazwischen noch eine abbildung eingegeben haben dann ist das nicht mehr abbildung 1 sondern 2 oder 10 oder was auch immer und dann müssen die das alles ändern dann müsste ich mir erinnern wo habe ich das überhaupt wo ist das überhaupt muss ich mir erstens erinnern dass ich es hingeschrieben habe und muss dann suchen das machen wir nicht macht man anders zeige her wie das geht siehe und da möchte ich das jetzt hin da oben unter referenzen gibt es einen querverweis und da kann ich mir aussuchen auf was ich verweisen will also da gibt es einmal erstens nummeriertes element das sind irgendwelche wir haben jetzt nur überschriften zu nummerierungen kommen wir erst aber da sind von irgendwelche überschriften herinnen überschrift textmarke das werde ich auch nachher kurz noch erwähnen fußnote verweis auf eine fußnote und es gibt natürlich auch auf apple das ist unsere abbildung und da können wir uns sogar aussuchen wie das wie das aussieht also schauen wir mal die gesamte beschriftung einfügen siehe abbildung 1 microsoft word das ist das auch jetzt zu komisch gekraut weil das mit wenn ich mich dahinter hinstelle wenn ich das wieder löschen will einmal backspace drücke wird das einmal markiert das wird so okay das erfüllt du löscht nicht nur ein zeichen zweites mal drauf gedrückt baf alles weg also das war praktisch die gesamte beschriftung kann ich verwenden querverweis dann was machen wir noch nur beschreibt bezeichnung und nummer abbildung 1 so wird das zuerst ja geschrieben und das schöne ist wenn sich das nachher verschiebt wird das automatisch abgebildet dann steht nachher auch abbildung 2 weil der wahrseite dass es um diese abbildung geht also wenn die abbildung eine neue nummer kriegt steht auch die neue nummer um das geht es ja löschen wir es nochmal weg weil wir wollen uns das andere auch anschauen nur beschriftungstext willkommen ohne den abbildung 1 ja geht also auch bei kapiteln oder so siehe kapitel 1.1 oder siehe kapitel wer verweis nur beschriftungste seitenzahl sie 1 ja weil es auf seite 1 ist da geschieht nur die seitenzahl ja und wer verweis oben und unten da geht das nicht warum geht das nicht aha bei abbildungen geht das nicht schauen wir mal bei kapiteln weil ich möchte ja auch zum beispiel kann man sich vorstellen nummeriertes element eine überschrift anhang überschriftstext oben unten das muss doch funktionieren siehe unten ok bei kapiteln geht es also habe ich nicht gewusst muss ich sagen dass es bei bildern nicht geht habe ich auch was gelernt jetzt wissen wir es alle gemeinsam oben und unten so ist es ja gut das sind also die möglichen quer verweise ist gar nicht so schwer ist gar nicht so schwer da kann man hier zum beispiel noch schreiben siehe kapitel quer verweis text editieren 1.2 überschrift machen wir überschrift nummer kapitel 1.2 auf seite nächste wäre 1.2 seitenzahl einfügen so das schaut doch cool aus schaut doch cool aus so funktioniert das mit den mit den quer verweisen jetzt gibt es aber noch eine art von quer verweis jetzt kann man sagen na wie ist denn das wie ist denn das wie ist denn das wenn ich ein wort oder eine phrase öfter verwenden will ich sage jetzt einfach beschäftigt sich mit diversen elementen das möchte ich einfach irgendwo anders und wenn ich es hier umändere soll das woanders ich meine das macht jetzt da keinen Sinn einen Sinn macht es zum beispiel wenn ich irgendwo ein Passwort stehen habe oder einen Benutzernamen oder so irgendwas und der Benutzername zum beispiel ändert sich jährlich weil jede klasse hat ihren eigenen Benutzernamen und auch ihr Passwort oder so das hat man manchmal im Schulbetrieb vor allem dass man sagt ok für heuer ist das Passwort dieses und jenes und das schreibt man da ein ins Dokument und dieses Passwort kommt halt öfter im Dokument vor oder der Benutzername kommt öfter im Dokument vor da möchte ich nicht überall wo ich das Passwort und den Benutzernamen hingeschrieben habe das ausbessern deswegen kann man sagen einfügen und das ist eine Textmarke man markiert einen Teil des Textes und das ist eine Textmarke und der Textmarke gebe ich einen Namen der sollte natürlich sprechend sein und da sage ich halt weiß ich nicht weiß ich nicht mein Text der keinen Sinn hat weil das hat natürlich keinen Sinn ja was ich jetzt herzeige aber wie gesagt für Passwörter und so weiter ist es so jetzt ist das deine Textmarke und jetzt kann ich irgendwo anders wo ich diese Textmarke verwenden will wie zum Beispiel da ganz woanders ja kann ich sagen ich mache da gibt es auch Querverweis oder wie gesagt unter Referenzen ist der Querverweis das ist beides der gleiche Knopf im Endeffekt Querverweis und da kann ich jetzt Textmarke und da gibt es meinen meinen Text der keinen Sinn hat die Textmarke die ich genau genau jetzt jetzt nannte da gibt es alles mögliche üblicherweise nimmt man da den Text Markeninhalt ja und da beschäftigt sich mit diversen Elementen und wenn ich das da um ändere wo war der jetzt da beschäftigt sich auch mit diversen Elementen jetzt habe ich die Marke verändert schauen wir nach unten steht das noch immer so da rechte Maustaste drauf Felder aktualisieren Park ja wann werden diese Texte diese Felder automatisch aktualisiert diese Felder werden automatisch aktualisiert beim Drucken zum Beispiel ja wenn man auf Drucken geht dann werden alle Felder automatisch aktualisiert also wenn man PDF erstellt und das ist dann kann ich jetzt auch gleich erzählen das ist eine gute Gelegenheit jetzt lösche ich aus irgendeinem Grund die Textmarke weg weiß ja nicht dass das die Textmarke ist Park gone gone die Textmarke ist gone und jetzt steht das da unten jetzt scrolle ich durch schaut das alles ganz normal aus schauen wir uns nochmal an wie das mit Drucken gegangen ist Wiederholung ist ja nie schlecht also Datei Drucken meint das auf Print to PDF und da schaut das hier schon Fehler Verweisquelle konnte nicht gefunden werden jetzt hat im Hintergrund hat der Computer uns das schon abgedatet aller Felder ja es muss es kann ja sein dass ich auf der Seite bin ja Drucken ja erzeuge mir dieses diese PDF-Datei sage ich ja Microsoft Word passt speichern ja ja möchte ich ersetzen doch die neue Version wunderbar ja ja gut und wenn wir jetzt das öffnen praktisch schule wo war das? ein inf da Microsoft Word öffnen im PDF-Reader unserer Wahl wird das geöffnet durchgescrollt und wenn wir das so beim durchscrollen uff das ist extra fett geschrieben Fehlerverweisquelle konnte nicht gefunden werden deswegen ist wichtig wie gesagt dass man zuerst einmal ein PDF erzeugt und noch ein bisschen durchscrollt und und schaut ob das irgendwo auftritt ja tritt erstaunlich häufig auf dass man da Referenzen macht und die gibt es auf einmal nicht mehr so schaut das dann also aus ja gut jetzt haben wir wirklich jetzt haben wir wirklich alles mögliche gemacht glaube ich ja Querverweise ich habe zuerst schon gesprochen von einem äh nummerierten Element ja das nummerierte Element haben wir nur äh äh Überschriften gesehen das nächste Mal möchte ich ein bisschen herzahen äh Aufzählungen und Nummerierungen und so weiter das ist nämlich auch noch wichtig meiner Ansicht nach äh äh werden wir das nächste Mal im nächsten Video behandeln Aufzählungen Nummerierungen wie funktioniert das für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit auf Wiedersehen 1 2 1 3 2 3